Hallo und somit herzlich willkommen zu Aperture Desk Job, einem kleinen Minispiel von Valve so ein bisschen in Richtung Portal gehen mit so einem sprechenden fliegenden Teil. Mehr weiss ich allerdings nicht wirklich dazu und von daher würde ich sagen wir starten einfach mal ins Spiel rein und schauen uns das ganze mal an. Let's go! Ich bin Cave Johnson und wenn ihr das hören könnt, ihr seid perfektioniert. Es ist nicht wahr, es ist wahr, es ist wahr, keine falsche modeste. Let's get started. Look at all those tubes stretching off in the distance. Every one of them is taking something important to a genius who is going to use it to change the world forever. A genius just like you. How are you going to change the world? Well that's up to you. History will remember what you do here today. Do not let us, and by us I mean all of us, all of humanity, down. So congratulations! You are about to take part in the greatest science adventure at the greatest applied sciences company on earth. This is important work and you are just the genius to do it. God gave you these gifts. I'm giving you the opportunity to use them. Well, here's your lab. I don't mind telling you, we're excited up here. Moon landing excited. Newton, Einstein, now you. Wait a minute, that's not right. I think I put the wrong tape in. Hold on. Good luck, world's best science! Okay, here we go. You, in the overalls. Get to work or you're fired. They don't give out overalls anymore. Anyway, my name's Grady. You can call me that. I mean, let's do introductions later. You should really already be, honestly I'm surprised you're not fired already. Anyway, you are a product inspector. That is your inspection desk there in front of you. You will be inspecting, okay, doesn't say. Anyway, something is going to come down the conveyor belt, whatever it is. Make sure it works. Once you've done that, keep doing that. That's the whole job. Anyway, just remember, the important thing is to have fun. On your own time, before you come in. Otherwise, it's just, I don't know, it's real bad here. It's fine. You'll probably be fine. Good luck! Hm. Ja. Und jetzt? Achso. Sorry. Ich hab den Control here angeschlossen, deshalb steht da auch Y und A und B. Ja. Gut. What the hell? Agile Laboratories Testing and Calibration Department. Okay, X. Sieht gut aus. Offensichtlich testen wir jetzt wirklich einfach Produkte. Okay. Okay. Gut. Ähm. Interessant. Bis jetzt ist es eigentlich noch ganz einfach. Bis jetzt ist es eigentlich noch ganz einfach. Okay. Ich hoffe, dass du aufhörst, weil ich nicht so oft gesagt habe. Es ist nicht rocket science. Es ist nicht toilet science. Hier ist alles, was du wissen musst. See that light on the wall? If that light goes on, you're fired. Okay. Good. You heard the important part. Wait, wait. Hold on. Have they all been smoking? You know what? It's not our job to test if the toilet's on fire, right? Just do your regular thing like normal. Move it down the line, and then it's somebody else's problem. Of course. You think your job's bad? I mean, your job. Do you hear that? Hold on, let me take a look. Yeah, keep testing it. I think there's a lot of water here. Can you get me out of here, please? Thank you. Ja, warte. Oh, schade. Nope. I'm just wet now. No. No, 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 no. That's just... It's working. Keep doing that. Oh. Ja, gut. So please stand. Just test it. Get it out of here. What the hell? What the hell? So, first off, I think we're in a lot of trouble here. Now, I also think we're going to be rich. Because I think you just admitted something. Okay, here's what we're going to do. I'm going to go work on this, in secret. Just... You go back and pretend to go back to work, right? Like, it's gotta look good. I mean, just pretend the most you've ever... You know what? Just go back to work, actually. Yeah, that works. I'll be back. Gut. Das... War geplant. You're right. Six Monate later... 278.100 Toiletten getested. Hey, I'm back. Yeah, I'm back. Uh... First off, you did awesome, pretending to calibrate all those Toiletten. The best. Alright, are you ready for this? Preezentiiiiiang... Nein. 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 Das ist gut. Es ist so gut. Nein, das was. Was ist das? Den? Den? Ja. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Nice. Ja, und ich habe dir das beste Teil gezeigt. Hier ist das beste Teil. Ich glaube nicht, dass das jetzt safe ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt safe ist. Das war der einzige, auch. Aber keine Angst, denn hier habe ich wirklich gearbeitet. Hier habe ich wirklich gearbeitet. Ta-daaa! Die Mark II. Das ist das, was ich mit den sechs Monaten habe. Es war ein Monat für den ersten Turret, und dann fünf für den Schmerzen. Oh Mann, du musst mir das Bild machen. Die Desk sollte eine Kamera gebaut werden. Okay. Okay. Moment. Rekordet. Für alle historische Bücher. Jetzt für die Spaß. Du! 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 Ich denke, dass alles hier Finishedается come. All right. mais. Du kannst du alles aufhauen. 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 Okay. Quite a bit. It's falling off. Keep shooting. You're not doing this. This is a structural engineering problem. It's on me. You're doing great. What the fuck fuck you dude? It even looked cheap when I bought it. I remember looking at it like, ah, Spin the extra dollar. And yep, here we are. Ja gut. Ich glaub das wars. Ähm. Ich war das nicht. Ich war das absolut nicht. Ich hab das ganze Lagerhaus zerstört. Wow. All right. So some of the stuff I put on there just didn't work. Most of it, like 90%, or even higher maybe, but some of it worked great. So all we have to do is keep the great stuff. And then we, then we can. So, okay. That's the police. So, one of us needs to streamline this turret, right? And one of us needs to take the fall for shooting up the warehouse. Because they're, this is a lot of damage and they're gonna look into this. Yeah. Which job, which job do you want? How about I fix the turret and then you take it? Yeah, I'll do that part. Remember, if anyone asks you don't know me. Okay? Don't say anything. Hm. Can I now take the responsibility for this? This. This. The Lagerhaus. Hey! Well, I mean... Wow! Wauw, du bist der Beste! Danke für deine Hälfte und deine Zeit. Ich meine, es war viel mehr Zeit als die beiden von uns erwähnten. Ich weiß nicht, was war in den Boxen? Aber sie waren, wauw, waren sie verrückt? Anyway, ich versuche, dass du das nicht going to regrettest. Jetzt gehen wir hier raus. Given that the offender has faithfully observed the rules of the institution, offender has been granted supervised early release. Nice. Hm. Oh. Okay. Ich mach mal gar nichts. Type your name. Und lässt diesen Gefangenen, wie gesehen, ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Garantie bezüglich dessen Rehabilitation. ARS ist weder für Verbrechen verantwortlich, die von diesem Gefangenen in der Zukunft begangen werden, noch solche in der jüngsten Vergangenheit, unmittelbar vor Gegenwart oder fehlender Vergangenheit, als diese zukünftige Verbrechen Zeitreisen beinhaltet. Soll der Gefangene beispielsweise zu Jack the Ripper werden, steht es ihnen frei, jemanden zu verklagen, diese Person sollte jedoch im England des viktorianischen Zeitalters leben, bei mir aufgrund der Tatsache, dass wir noch nicht geboren waren und beteiligt sind und Zeitreisen sowie so illegal sind und streng von der Zeitpolizei überwacht werden. Halt mal bitte die Fresse! Sie können versuchen, die Zeitpolizei zu verklagen, da es deren Aufgabe ist, genau diese Dinge zu verhindern. Das ist buchstäblich ihr einziger Job. Dieses düstere Schadensersatz-Szenario soll lediglich zum Nachdenken für Was-wäre-wenn anregen. ARS ist nicht verantwortlich für Herzstillstände, die durch die erschreckenden Haftungsausschlüsse verursacht werden. Okay, ist ja gut. Ähm. Mein Name. Check the Ripper. Mit der Maus. Ähm. Das funktioniert gut. Perfekt. Wie eine Verkaufung von der Anfängerung der Anfängerung, die Parolier und der Dess verabschieden, in 15 Stunden, die die Parolierin... Hey, nicht sie! Du musst nicht überraschern, Du musst über die Anfängerung auf den Parolierin. Guck mal, wer hat die letzten 18 Monate über die Anfängerung des Anfängerung des Anfängerung des Anfängerung? Ja, ich. Das stimmt. Ich bin dein Parolierin. Ich meine, nicht nur... Ich beantreide, wie sie auf der Parolierin. Aber sie sind quasi reintegriert wieder in die Gesellschaft. Well, nicht Tony. Er ist ein bisschen zu kämpfen. Aber das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe etwas zu zeigen. Los geht's aus hier. Es ist niemals zu früh zu treffen. Sie sind beide frei zu gehen. Oh, bring your desk.